Hallo liebe Stay Blue User und herzlich willkommen zu Stay Blue TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Woche konntet ihr sehen, dass der neue McDrive-Rekord bei McDonalds in Lingen geknackt wurde. Und wir sind heute auch wieder in Lingen zu Gast und zwar auf dem Altstadtfest. Die beste Clique kann sich hier vorstellen bei Stay Blue. Ein Foto machen lassen und einen tollen Preis gewinnen. Ein Abend auf dem Bowlingcenter mit Fingerfood, mit Getränk, mit zwei Bahnen inklusive Schuhen und das Ganze auch noch mit zwei Bowlingbahnen. Das ist ja auf jeden Fall eine super Sache. Und liebe Stay Blue User, ihr müsst voten. Das Ganze geht vom 20.09. bis zum 4.10. quasi zwei Wochen und ihr müsst das beste Stay Blue EL Clique 2009 Bild finden und dafür voten. Hast du dich schon mit deinen Freunden hier fotografieren lassen? Na klar. Und wie sah das Ganze aus? Wie viele Leute wart ihr? Ja, es waren vier Leute und wir haben uns hingestellt und ein Foto gemacht und supergeil und ich hoffe, ihr votet alle für uns. Ja, das klingt doch schon mal super zu gewinnen. Gibt es ja einen Abend auf der Bowlingbahn, da könnt ihr ja mal so richtig fein zusammen feiern, was? Oh ja, da lasst mich die Sau raus. Altstadtfest, beschreib uns das Ganze hier nochmal in kurzen Worten. Etwas, das mich seit Jahren bewegt, schon seitdem ich 14 bin und ich finde es immer wieder toll. Ich wohne in Lingen und daher kenne ich hier sehr viele Leute und es ist einfach jedes Mal wieder berührend, wie viele Leute man trifft und wie viele Leute tatsächlich zusammenkommen, um zu feiern. Trifft man hier auch viele Freunde, Bekannte vielleicht noch aus der Schule? Ja, also man trifft hier sehr viele Freunde und Bekannte, auch viele von der Schule, auch sonst, die man nicht so häufig trifft. Also man lernt hier auch viele neue Leute kennen. Sehr toll hier. Liebe Stay Blue Freunde, das war unsere Berichtausstattung aus Lingen. Aber ich muss euch noch auf ein paar Sachen hinweisen. Und zwar, wenn ihr einmal bei Stay Blue mitarbeiten möchtet, sei es als Promoter, als Moderator, als Fotograf oder sonst irgendwas, schreibt ein E-Mail an dabei.atstayblue.de Und in den nächsten Tagen wird sich definitiv jemand bei euch melden. Oder wenn ihr etwas Besonderes könnt, eine Party veranstaltet oder sagt, Stay Blue TV muss unbedingt einmal vorbeischauen, dann dürft ihr natürlich auch eine E-Mail schreiben. Und ich komme mit meinen Leuten bei euch vorbei.atstayblue.de, wenn ihr etwas Tolles könnt oder zu berichten habt. Ja, das war unsere Berichtausstattung aus Lingen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Stay Blue, euer Borki. E-Mail-Community-Klicke 2009. Jetzt voten!